Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist alles Zufall Wir haben eine Verabredung Ein Date? Nein, ein Abendessen Was wird das denn? Du siehst aus wie ein schwuler Dirigent Das ist nun mal so, dass ich gewissermaßen unsichtbar bin Ich bin unsichtbar für alle, außer für Dich Ich weiß noch nicht warum Jasmin, komm doch rein Ich dachte, es ist sicher okay, wenn ich noch jemand mitbringe Scheiße, meine Sachen Ich geh mal raus gucken Hallo Guten Tag Ich würde gerne zu Frau Kolbach Frau Kolbach, kennen Sie? Ja, wir haben gestern miteinander geschlafen Ich weiß noch weder Ich weiß noch nicht warum Ich weiß noch nicht warum Ich habe auch noch nicht Ich weiß noch nicht genau